hallo leute und herzlich willkommen hier zu einem kleinen kurzen info video ja in diesem info video wollte ich einfach mal kurz sagen dass jetzt da ja ferien sind und wegen der lage corona virus da ich jetzt auch mehr zeit habe um videos zu machen wollte ich einfach mal kurz sagen dass jetzt auf meinem kanal in den ferien jetzt wöchentlich zwei videos kommen ja ich denke mal so ungefähr zwei videos kann ich dann vielleicht noch ändern seht ihr ja dann wenn es soweit ist ja dann bedanke ich mich fürs zuschauen dieses kurzen info videos und ja das wollte ich einfach mal kurz sagen ja dann danke fürs zuschauen und tschüss